Die Interpretation wird schon etwas besonder sein, aber was da passiert, passiert nur da, irgendwo anders. Das kommt nie wieder, das kommt irgendwo anders und das war nie wieder. Wir bauen da Erinnerung. Dieses Event wird ein Welt-Event und dieses Welt-Event kommt nur einmal. Nur da, irgendwo anders. Es ist so ein Triller, vom Anfang bis zum Ende. Es ist schon ein Triller, etwas Krimi-mäßig. Spannend mit Drama, mit Hochdrama, also Shakespeare-mäßig. Dazu in einer Stimmung unter dem Kosmos, wenn wir Chance haben, mit schönem Wetter unter den Sternen. Besser als Verona. Viel besser. Ich muss ein Triller, das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und herzlichst mich, wenn du so etwas gesündert, gibst du dir deine Stimme.